Heute seht ihr die besten Moments bei Trager Creator, denn wir werden den lustigsten Monster erstellen. Wenn ihr das Video nicht verpassen wollt, dann schaut auf jeden Fall bis zum Ende und los geht's. Yo, du da oben, was machst du denn da? Hey, ich trau mich nicht runter. Ich trau mich nicht runter dahinten. Wieso denn nicht? Was soll denn da sein? Sag mal. Dahinten sind ganz viele gruselige Hunde irgendwie. Oh Gott, ich seh die da hinten gerade. Was ist los bei denen? Okay, komm. Ich hab gesagt, so ein blödes Tier zu sein. Lass mal krasser werden, oder? Ich trau mich nicht. Ich will hier nicht runter. Ich trau mich nicht. Okay, warte mal. Ich kann vielleicht hier dran ziehen. Komm, du musst dich trauen. Du musst dich trauen. Oh Gott, ich bin hier aus der See schon raufgelaufen. Guck mal, wie hässlich ich bin. Ich hab vorne meine Zähne gucken raus. Du bist echt richtig hässlich. Alter, wie siehst du denn aus? Hast du mich gerade gebissen? Ich hab dich gebissen. Pass auf. Rauf, hör auf. Lass uns noch krasser werden. Und dann lass uns die Hunde mal auf. Au, okay, jetzt ist der Wegquitt. Und dann lass uns die Hunde mal auffuttern, okay? Ja, kein Problem. Kriegen wir im Fall hin. Gerade ein Affe. Dann machen wir mal den hier. So, zack. Ich bin fertig. Uga, Uga, Uga. Uga, Uga. Ich bin ein Höhlenmensch. So. Wo bist du? Komme raus. Alter, was hast du denn da? Was bist du denn? Ich bin einfach ein Höhlenmensch. Ich bin jetzt schon, sagen wir, 2000 Jahre vor Christus alt. Ja, ich merk das schon. Und guck mal, willst du mal sehen, was ich kann, weil ich so krasse Tänzerbeine habe? Guck mal, hier. Was hast du? Was? Ja, wenn das mal nicht krass ist, ne? Guck mal, ich bin eine Schlange, siehst du das? Ich seh dich. Du siehst auch voll aus wie so eine gefährliche Cobra oder sowas. Guck mal, weißt du, was ich machen kann? Oh Gott. Lol, du kannst Gift raussprühen. Ich kann Gift raussprühen. Okay, komm, du den einen und ich den anderen, okay? Okay, ich geh auf den Rechten. Ich hole sie dir. Hol sie dir die Bösen. Ich schnapp ihn dir. Ich hole mir den dir. Wuff, wuff. Zack, zack, zack. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich hab ihn. Oh mein Gott. Ich hab ihn. Bam, Alter. Ja. Der Arme. Der Arme, der musste ja richtig dran glauben. Der kann ja gar nichts, Alter. Der kann ja gar nichts. Sehr gut, sehr gut. Jetzt gehört uns schon mal hier die Hütte. Aber weißt du, was ich mich frage? Siehst du diesen Weg hier, 12 Uhr vor mir? Da hinten schimmert so eine rote Hütte, ganz komisch da durch. Lass mal gucken, was da hinten ist. Vielleicht, ich seh es, ich seh es, ich seh es. Da hinten ist anscheinend irgendwie so ein geheimes Haus oder so. Es kann sein, dass das eine Hexenhaut ist. Äh, Hexenhaut, Hexenhaus ist. Aber du bist auch ganz schön langsam, ne? Ja, ja, ich werde ganz kurz mal. Du bist ganz schön langsam. Wir müssen uns, glaube ich, mal ganz kurz wieder umziehen. Ja, ja. Wir müssen uns, glaube ich, mal eine neue Kreatur werden. Und zwar. Dann bin ich mal, zack. Hahaha, na, wer bin ich? Ich werde mal ein Affe. Alter, du bist ein Büroblatt-Snoop. Ja, ich bin einfach jetzt schon ein Noob. Was? Ey, das sieht ja richtig komisch aus. Okay, ähm, guck mal, aber meiner ist voll langsam. Meiner ist auch voll langsam. Oh mein Gott, für ein Wunschbrunnen. Sie können uns da was... Ey, ich habe Nachtsicht. Was? Ich habe einfach Nachtsicht. Wie ist denn das? Hä? Weiß ich auch nicht mit den Augen wahrscheinlich. Warte mal, ich werde mal ganz kurz hier einen Brunnen abchecken. Kannst du da reinspringen? Ja, das ist der Wunschsprung, steht da. Ah. Und ich gucke jetzt mal, ob ich reingehen kann. Ah. Oh mein Gott, wir könnten da rein irgendwie, das wäre so krass. Ne, ne. Ah, Alter, ich schieße einfach aus meinem Loch um. Guck mal. Was? Ich schieße oben aus meinem Loch einfach so kugeln. Warte, mach mal, mach mal. Mach mal, mach mal, mach mal. Ja, zack. Wow. Oh mein Gott. Ja. Ey, aufhören. Ja, abfeuern. Aufhören jetzt, hör auf mit dem Loch. Stress. Okay, okay, komm, wir gehen weiter. Okay, warte mal, lass uns kurz weitererkunden. Und zwar ist da dieses Haus da am Start. Was glaubst du? Was glaubst du, was könnte da sein? Was könnte da sein? Ich glaube, da könnten so verzauberte Schweine sein oder sowas. Weißt du, die irgendwie auch so drei Köpfe haben oder so. Ja, zauberte Schweine. Ey, das ist ja natürlich richtig krass. Das ist ein Auto. Vielleicht können wir hier von diesem Ort abhauen. Oh mein Gott, stimmt. Und dann sind Windmühlen sogar, sehe ich gerade. Also, Windkrafträder, ja. Oh nein. Hey. Wir haben uns gesehen. Hey. Oh, der Wachhund. Blausi, bausi. Blausi, bausi. Schluck das. Au. Lauf weg, klau weg von dem. Der ist böse. Warte mal, ich schieße den Ball auf jeden. Er hat sich auf sich gefokussiert. Sehr gut. Okay, ich werde einbrechen. Los. Oh mein Gott, der haupt mich. Okay, ich werde mal kurz abchecken. Ich werde mal ins Haus reingehen. Mal gucken. Ich beiß den, ich beiß den jetzt. Okay, mal aus. Ziemlich dunkel hier drin. Hast du nicht nachtsig Geräte irgendwo? Ich habe nachtsig Gerät, soll ich kommen? Es ist ein bisschen dunkel hier drin. Ich glaube, da hier ist irgendwas versteckt oder so. Aber der Hund ist noch hinter mir, ey. Der soll mal abhauen. Ja. Hast du ihn? Oh mein Gott, guck mal, ich schieße nach hinten. Ich schieße nach hinten, guck mal. Oh mein Gott, du triffst ihn ja. Oh mein Gott, ja. Aua, ich komme da. Ich passe da gar nicht rein ins Haus, ey. Alter. Der hat mich gleich. Ein Leben noch. Ah. Du musst ihn killen. Du musst ihn killen. Ich komme. Ich komme. Bafi, du blöder Hund, du. Jawoll. Au. Ey, wie oft soll ich den denn noch treffen? Oh. Oh mein Gott, der soll doch durchdrehen, Alter. Was ist los bei dem? Bamm. Ja. Wichtig. Okay, geh mal rein. Sehr, sehr gut. Vielleicht da irgendwie ein geheimer Zettel oder so. Ich habe es dir gar nicht erkannt. Ich passe da leider nicht rein. Ich passe da leider nicht rein. Echt nicht. Ich passe da nicht rein. Nee, 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 nee. Mein Kopf ist zu groß. Lass uns hier mal zu einer anderen Figur machen. Und dann werde ich dir mal was zeigen. Dann gucken wir mal was. So, warte. Ich werde mich mal ganz kurz zu einer anderen Figur wechseln. So, mal gucken. Wer. Oh mein Gott, Alter. Wer werde ich denn jetzt hier? Oh mein Gott, was ist das? Was ist das? So. Digga, das willst du nicht sehen. Ah, 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 ah. Alter, du bist Kermit, der Frosch. Alter, was hast du denn da? Ich habe hier einfach so einen Hummer mit so einer Minigun oben drauf. Guck mal, siehst du das in meinen ganzen Augen? Ich bin Kermit. Ich sehe das. Kannst du damit auch krass irgendwie rumgucken? Nee, ne? Oh. Hä? Was? Was? Kann ich fliegen? Aber nur so ein bisschen, oder? Ich kann flattern. Komm her hier. Bisschen nur. Ja, okay, okay. Komm, lass mal zurückgehen. Ich will dir mir was zeigen. Und zwar bei der Farbe hinten. Da ist hier nämlich jetzt so ein neuer Spielplatz. Und wenn man die Sandkiste betritt, dann ist da einfach so ein... Alter! Was ist das? Du sollst abfliegen jetzt. Hau rein! Alter, wie das aussieht. Alter, was war... Nicht, dass du hier auf mich rausspuckst, oder so. Hau rein! Hey, du bist voll weit oben. Wir sehen uns. Komm, doch runter. Komm doch sofort runter nach oben, sag mal. Nicht so weit, aber du bist langsam, ne? In der Luft. Alter, du bist auch voll schnell. Ja, ich gehe... Ich gehe zum Sandkasten, meinst du? Was ist da mit dem Sandkasten? Was soll da sein? Ja, wenn wir da gleichzeitig reinlaufen, dann werden wir einfach mal in eine neue Welt katapultiert. Da bin ich mal gespannt. Was? Das glaube ich nicht. Wo wir rauskommen werden. Das glaube ich nicht, glaube ich nicht. Ich glaube, ja. Wir waren doch hier schon mal, oder nicht? Du prankst mich doch jetzt. Ja, wir waren hier schon mal. Bam! Und jetzt? Ja, 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 was steht da? Was steht da? Hier ist eine Sandkaste, oder? In die Sandkiste musst du rein, genau. Was? Und jetzt? Und? Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir werden eingesogen. Wir werden schrumpfen. Wir schrumpfen. Alter! Was? Oh mein Gott. Hä? Okay, warte mal. Ähm. Hey, wir sind in der Sandkaste... Im Sandkasten jetzt. Warum sehen wir jetzt so krass aus? Ich mach jetzt ein Tor. Okay, warte mal. Hey! Hau auf damit! Aufhören! Leute, wir können jetzt nochmal hier Fußball spielen. Weg da! Weißt du, wer ich bin? Ich bin der Ufila. Der böse Ufila. Ah! Nein, daneben. Ich komm damit nicht hoch. Ich komm damit nicht hoch. Und? Er macht das Ding! Er macht das Ding! Jo! Verdammt! 1 zu 0. Oh mein Gott. Ah! Ja! Er macht das Ding! Er macht das Ding! Sehr gut. Okay, 1 zu 1. Hey, komm mit! Hör mal auf damit! Alter, ich bin voll langsam! Au! Ich runter nicht auf! Hau rein! Hau rein! Komm her! Ich komm nicht hoch, weil ich schwer bin! Nee, nee, ich hau jetzt ab! Nein, du kommst sofort! Ich hau jetzt ab! Ich hau jetzt ab! Hau auf! Wir zählen uns auf der anderen Seite! Komm da oben sofort runter! Nee! Komm runter da! Okay! Ja! Da! 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 Was? 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 Ich hab mich gekillt! Aha! No way! Oh, der hat's doch! Der Torschuss! Der hat's vergrauend! Nein! Ey, guck mal da oben! Siehst du da oben diese Flagge? Hast du mich da gekillt? Guck mal, siehst du das? Diese geheime Karte? Diese Flagge da oben? Nee, nee, nee! Die Flagge ist was anderes! Was ist das? Ach so! Wie kommen wir denn wieder zurück? Ich will dir nämlich noch was zeigen, was krasses ist! Geh, warte mal! Ähm, ja! Ich will jetzt gucken jetzt hier! Kann man da irgendwie hochfliegen? Ich probier's gerade, das ist so einfach! Mit meinen kleinen Babyflügeln! Ich komm da nicht richtig hoch! Ich muss ja mal eine andere Figur auswählen! Eine Kreatur hier! Komm schon! Komm schon! Ich muss wieder nach oben jetzt hier! Nee, nee, nee! Ich glaub da kann man... So nicht! Ja, ich bin oben drauf! Was ist das denn? Hä? Oh mein Gott! Guck mal, wer ich bin! Alter! Ey, komm her! Haha! Lol! Ich hab die Flagge eingesammelt! Aber ich komm nicht hoch! Ich bin zu schwer! Ich bin zu schwer! Komm hoch hier! Wir können jetzt zur Farm zurück! Komm hoch! Wir können zur Farm zurück! Ey, komm doch nicht hoch! Wie soll ich da hochkommen? Ja, dann wähl einen, der fliegen kann! Ich hab keinen, der fliegt! Ich hab keinen, der fliegt! Hey, du kannst locker mit dem Ding hoch! Ich hab auch Kermit! Ich hab auch Kermit! Ja, dann schaffst du es ja ganz leicht! Guck mal hier! Ich kenn sie schön! Kermit! Alter, der geht richtig ab jetzt hier! Ey, der ist ja zehnmal so leicht zu fliegen! Ja, das ist voll cool zu fliegen, ne? Ja, ich komm hier langsam aber sicher höher! Aber muss ich jetzt einfach nur drücken, oder was? Ja, okay! Ja, komm hier wieder raus! Dann können wir da... Wuhuuu! Hör auf! Okay, wo geht's zurück hier? Oh, wir werden wieder groß! Oh, juhu! Wir werden wieder richtig groß! Okay, warte, ich werde jetzt einen neuen Charakter werden! Ja, mach ich auch mal! Mach ich auch mal! Ähm... Wie hast du gewählt? Ähm... Ah, wo bist du? Oh mein Gott, was ist das so ein menschloser Zukunft! Wo bist du, ne? Hier bin ich! Aha, okay, 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 okay! Alter! Ich bin ein Super-Helien! Ich auch ein Nachtsicht! Alter, Nachtsicht! Wie kannst du das denn? Äh, okay, pass auf! Ich will dir was zeigen, ich will dir was zeigen! Komm mal mit mir mit! Das war's hier hinten! Wow! Jetzt ein geheimer Höhleneingang! Hä? Jo, jo, bist du ge... Wow! Was? Jo, fliegst du? Alter, Kollege, hau mal ganz schnell ab hier vor mir, Alter! Ich sag, wolltest du nur mal sagen! Hau mal ganz schnell ab hier! Ha, ha, ha! Hör auf, hör auf, hör auf! Guck mal, da vorne ist so ein Höhleneingang! Du weißt, was man da für ein richtiges Fahrzeug braucht! Da muss ich mal ganz kurz gucken, hier! Können wir ein Fahrzeug nehmen, oder was? Ja, 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 ne? Nehmen oder herstellen, ist die Frage, ne? Nehmen oder... Ah, okay! Ha, 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 ha! Guck mal, was ich habe! Guck mal! Jo! Wo bist du denn? Wo bist du? Hier vorne, hier vorne! Ich bin ein kleines Auto! Du bist ein kleines Auto? Ich bin das Auto, du bist Longhorse! Ja, ich bin Longhorse! Alter, du siehst auch krass aus! Okay, lass mal die Höhle rein da vorne! Ich bin mal gespannt, was da drin sein soll! Yo! Alter, du siehst echt krass aus! Ich weiß, ich weiß! Okay, 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 nicht schlecht, nicht... Hä? Okay, komm mit dann! Wie kommen wir hier rüber? Mit dem Floß? Komm mit hier! Mit dem Floß! Aber ich will nicht mit dem... Nein, warte noch! Warte noch! Hau rein! Digga, ich schieb dich! Tja! Oh mein Gott, ich bin vor dir da! Hau rein! Hau rein! Mach's gut! Ey, Mann! Okay, komm, wir gehen rein! Können wir hier reingehen? Oh mein Gott, wie tief! Ich seh nix! Ist da was mit Nachtsicht? Du hast da Nachtsicht, oder? Ja, warte, ich nehm... Warte, stimmt, du hast recht! Oh mein Gott, ich brauche auch Nachtsicht! Ich brauche auch Nachtsicht! Ich brauche echt die Lampe! Ich brauche auch Nachtsicht! Das war kurz nochmal eine andere Kreatur werden! Okay, warte, ich muss eine Kreatur mit Nachtsicht! Alter, du hast einfach eine Lampe vorne dran! Ja, wir haben auch ein kleines, vergestelltes Auto! Mal gucken, was kann ich mir jetzt hier nehmen? Ey, das ist so langsam, das Auto so jetzt aber, okay, so... Da! Hier hab ich ne Lampe! Hier hab ich ne Lampe oben dran! Sollte eigentlich ausreichen, oder nicht? Schon ziemlich hell, das Ding! Du brauchst ja eigentlich nur einen mit Nachtsicht, oder nicht? Ob das jetzt reicht? Oder kann ich hier noch ne Lampe oben ran machen, hier? Kann ich auch noch! Oh mein Gott, sind das Lampen? Haha, wie das aussieht! Was, wo bin ich hier? Okay, ich glaube, das sind Lampen! Ich glaube, das sind Lampen! Ich laufe grad durch! Hier, das sind Lampen! Ich bin grad ganz tief in der Höhle, Kaspar! Warte doch mal auf mich! Ganz tief! Das ist gefährlich da! Was ist da? Hör auf! Ich komm, was ist da? Ich komm, ich komm ja schon! Wieso, was ist da? Was ist denn das? Ich hab Diamonds gefunden, oder so! Diamanten? Diamanten wär doch eigentlich was Gutes! Ich komm rein, hier, zeig mal! Nachtsicht aktiviert! Alter! Alter, ist das Ding, Länder? Was geht? Das ist nicht dein Ernst! Hallo! Okay, komm! Komm, wir checken die Höhle jetzt mal kurz zusammen aus! Wir müssen das geheime Monster an mich finden! Was ist denn ein geheimes Monster? Ist hier irgendwo eins, oder? Ich hör doch hier schon was! Was ist das? Ich hab hier was gehört grad! Das bin ich! Das bin ich! Ja! Gott sei Dank, Gott sei Dank! Irgendwo? Ist die Höhle so groß? Ich war links rum, links rum war nichts! Links war nichts, ein bisschen... War nichts? Was ist denn das hier? Wir sind dann hoch, oder? Da können wir hoch! Oder? Ja! Und dann? Und dann wohin? Hallo, darf ich bitte mal hoch? Da ist ja nichts oben! Hier müssen wir weiter! Hier! Höhle, eins und zwei! Komm rein! Oh mein Gott, ja, ok, ok, ok! Durch den Schlitz! Oh mein Gott! Ja Mann, und durch da! Oh, durch den Schlitz durch! Oh, rein hier! Oh mein Gott! Und jetzt? Wo sind wir jetzt drin? Nein! Oh mein Gott! Was? Jo! Was? Was ist das denn? Wo sind wir? So ein Minenschacht oder so, ne? Ja Mann, aber ein übelst ein Minenschacht! Ok, warte mal! Ich brauche auf jeden Fall ein Monster, was schnell ist und auch richtig viel Licht hat! Höh! Hm... Ähm... Das mal! Was ist das hier? Ein Minen-Card! Ich nehme mal den Opiler, dann brauche ich... Nein! Ich kann... Nein, sei nicht, wir können damit fahren! Warte noch, warte noch, ich komm! Ich hab... So... Ich hab ne Spitzhacke in der Hand! Du kannst eine aufsammeln? Ja! Alter! Du auch, oder nicht? Okay, das ist sehr, sehr stark! Das ist noch eine! Äh, nicht, nicht! Ich nicht, ich nicht! Doch, klar! Das muss man immer können, dafür muss ein Monster das können! Ah! Okay, dann würde ich sagen, äh... Wo finden wir am besten hier die Diamanten? Hier lang? Ich denke da oben rechts auch noch eine Karte! Oh ja, stimmt! Sarkasse, Sarkasse! Kann man das nicht abbauen? Ich kann's abbauen! Was? Oh mein Gott! Wow! Was war das? Was kommt da denn raus? Okay, ich glaube, wir müssen alle abbauen oder so! Okay, hier vorne ist auch nochmal, hier vorne ist auch nochmal an der Ecke! Alter, das hört sich so richtig gruselig an die ganze Zeit! Okay, mal gucken! Ja, sehr gut! Vielleicht kommt da irgendwann was raus, was wir brauchen! Lass mal den Schienen folgen! Lass mal den Schienen folgen! Guck mal, hier vorne ist es zehnmal krasser! Ja, 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 okay, 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 okay! Ich bin direkt hinter dir! Ja, ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was ist da? Wir sind zu groß! Wir sind zu groß! Hier links vielleicht! Hier lang, ja! Ja, hier ging es auch weiter! Ui! Guck mal, hier! Ui! 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 Alter, abbauen, ja, sehr gut! Zack, sehr schön! Zack, ja, ja! Ich gucke doch nichts raus, leider! Ich gucke jetzt noch! Ey, hier vorne sind da so krasse Diamanten! Hier ist halt noch ein kompletter zweiter Höhleneingang, ne? Ich seh's gerade! Okay, ich mach die noch ein bisschen ab jetzt hier! Mal gucken! Ey, da hinten ist hier Licht, glaub ich! Ist hier Licht! Oder? Alter, es ist richtig weit! Alter, du musst mal die Karte öffnen, nur da siehst du noch, wie groß das Ganze noch ist! Yo! Das ist ja richtig riesig noch! Die ist richtig groß, die Karte! Da hinten ist blaues Licht! Warte auf mich, ich kann nicht mehr sprinten! Warte auf mich! Hol dir, ja, ich warte! Hol dir mal hier ein neues! Neues, äh, Monster-Song! Das ist gut hier, das kann Dingsen! Ich hab Licht und ich kann, äh, abbauen! Was ist das hier? Ah ja, okay! Okay, so, dann machen wir das hier! Aqua de Vida! Kann man hier tauchen? Oh! Oh mein Gott, kannst du da tauchen? Was war das? Hast du doch irgendwas anderes? Oder geht das nicht? Oh! Hier geht's noch tiefer rein! Noch tiefer? Okay, warte, ich komm! Ich bin noch tiefer! Alter! Zeig mal! Alter, da ist ne riesen Wasserhöhle! Oh mein Gott! Hä, wie tauche ich? Ich meine, er kann gar nicht tauchen! Hä? Alter, da ist ne riesen Wasserhöhle! Wie bist du denn da reingekommen? In die Wasserhöhle? Ey, da ist doch gar nichts, oder? Da ist doch gar keine Wasserhöhle! Hier ist doch ne Wasserhöhle! Ich bin doch gerade unten! Hä, Digga? Ich weiß nicht, woher soll ich das wissen? Da schwimmt was! Im Wasser! Nein! Lauf weg! Lauf weg! Kann ich hier vielleicht was nehmen? Ah! Es greift mich ein! Bro, ich weiß ja gar nicht mal, wie du bist denn da hingekommen! Ein Anglerfisch! Oh mein Gott! Wie bist du da hingekommen? Wie bist du in die Höhle reingekommen? Oh mein Gott! Wo muss man jetzt? Was muss man jetzt hier machen? Hier bist du lang! Ich will hier weg, Kaspar! Ich will hier weg! Ich komm zu dir! Ich komm zu dir! Ich seh dich da hinten! Da bist du doch! Oh Gott! Jetzt hast du geplumpst! Ey, du bist unsichtbar, oder? Nein, nein, nein! Hier bin ich! Ah, nein, jetzt seh ich nicht! Hier, warte! Hier war der Anglerfisch! Da ist der Fisch! Da ist der! Komm, den holen wir uns, oder? Bei dir? Hören wir uns! Angriff! Wo ist der? Hier ist der! Der ist hier direkt vor mir! Oh Gott! Hier, hol ihn dir! Der ist aber schnell, der ist aber schnell! Natürlich, ist auch ein Fisch! Ich komme! Ich seh ihn nicht, wo ist der? Ja! Hit! Nochmal, nochmal! Pass auf, der ist gefährlich! Hit, 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 hit! Ah! Hit, 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 hit! Weiter, hit! Ja, sehr gut! Sehr schön! Er haut ab! Nochmal, 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 nochmal! Er haut ab! Hier, komm her, Kollege! Ja! Ja! Aufgefuttert! Wir haben ihn gegessen! Wir haben das geheime Monster besiegt! Joooooo! Wuhu! Sehr gut! Sehr gut, Kaspar! Ey, guck mal, wie ich aussehe, Mirkan! Oha! Und gewartet, ich bin hier so ein kleiner Wurm! Wo bist du? Siehst du mich irgendwo? Da bist du! Wo bist du? Da! Ey! Ich seh dich! Wo bist du? Ey! Ich bin direkt neben dir! Guck mal! Wow! Ich kann dich angreifen! Ey, hör auf! Okay, warte mal! Wir können jetzt hier anscheinend unser Monster ein bisschen besser machen! Ich muss mal ganz kurz hier einmal das bisschen besser machen! Und zwar sehe ich gerade, dass meine Augen... Ich meine, die sehen in Ordnung aus! Was ist das für ein Vogel da vorne? So, aber das Ding ist, wir können quasi das ganze Ding ein bisschen erweitern! Indem jetzt hier, glaube ich, die Dinger langziehen oder so, ne? Ich glaube, die Knochen... Da müsst ihr die Knochen erst sammeln! Ja, geht das jetzt nicht! Ah, jetzt! So, einmal schön langziehen! So, jetzt ist es auf jeden Fall ein bisschen dicker geworden! Und dann machen wir hier mal ganz kurz das ganze Teil ein bisschen dicker! So, mit den Augen vielleicht auch noch mal ein bisschen verändern! Ich guck mal gerade, dass ich hier das vielleicht... Ja, dass hier so aufrecht... So! Okay, ich bin gespannt, wie der hier aussehen wird! Na, jetzt kommen wir noch mal ganz kurz in den Mund ran! So, den machen wir ein bisschen kleiner! Ja! Sieht eigentlich nicht schlecht aus! Und dann mache ich, glaube ich, hier hinten das Ganze mal ein bisschen... So, wurmartig nach oben! Okay, warte, wo bist du? Wo bist du? Ich bin jetzt gerade... Ich mach meinen auch noch gerade komplett! Du machst deinen auch noch gerade komplett! Wo bist du? Ich seh dich gerade gar nicht! Ich mach gerade in der Erstellung! In der Erstellung! Okay, warte, ich geh mal ganz kurz hier vorne zu so einem Vogel hin! Die haben mir nämlich, glaube ich, neue Gliedmaßen überholen können! Und dann gibt's sogar auch Schätze, die wir uns holen können! Oh, warte mal, hier ist was zu essen! Hier ist Fleisch! Äh... Was? Alter, jetzt hab ich wieder volles Leben! Guck mal! Was ist du denn für ein U-Boot? Ey, hör auf! Aua! Alter, kann ich dich killen? Was ist denn? Alter, hör auf! Nein, 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 nein! Warte mal, hier ist was Neues! Hier sind neue Items, die wir holen können! Und ein Vogel! Ey, da kommt ein Fluss! Warte mal, hier ist doch irgendwie... Duokrus! Ich hab mein neues Kumpel freigeschaltet! Was? Ähm... Bist du draufgegangen? Ey! Ja, wir können das Wasser noch nicht berühren! Okay, warte mal, äh, das Ding ist... Warte, ich hab jetzt, glaub ich, ein neues Item, Gliedmasten... Ja! Und zwar hab ich jetzt Beine! Nein! Was? Oh mein Gott! Warte mal, ich hab ein Bein... Und... Guck mal! Guck mal! Uuuh! Siehst du mich? Oh, was? Siehst du mich? Ich bin jetzt voll die Spinne geworden! Hä, wie cool das aussieht! Hä, du wirst angegriffen! Ich bin jetzt grad, äh, viel, viel schneller jetzt hier! Alter, komm mal her! Ich komm jetzt auch was Neues! Guck mal, ich kann springen! Ah! Ja! Ah! Ist das was Neues? Was ist das? Ich hab... Du Brachium! Ich glaub auf Füße! Du legst es darauf an! Warte, ich hab jetzt auch Du Brachium! Ich glaub, es ist was anderes! Ja! Aua! Aua! Au! Sport dich, dich selber dahin. Ja, nein. Alter, dein Schaden. Okay, kein Problem. Warte mal, wir können das ganze Ding... Ah, das sind Arme. Nein. Ey, das ist was... Wie krass das aussieht. Ich hab... Warte mal, ich mach jetzt mal ganz kurz meine... Kann ich meinen Arme ein bisschen länger machen? Ja, ich kann die länger machen. Warte mal. Ich kann meine Beine auch allgemein ein bisschen dicker machen. Was schon mal nicht verkehrt ist. Das heißt hier allgemein die Gelenke. Warte mal, so ein bisschen die Gelenke unten. Machst du das auch grad fetter bei dir? Oder wie sieht's bei dir aus? Ja, ich mach auch grad... Ah, ich würd nicht sagen fetter, sondern... Alter, das ist ja... Lass dich überraschen. Oh Gott, warte mal. Ich muss das mal kurz hier ran machen. Und dann mach ich das ganze Teil mal ein bisschen runter. Äh... Dass ich das so nach unten... Nach unten biegt irgendwie. Alter, ich seh richtig gruselig grad aus, ne? Ich hab aber... Oh, warte mal. Was ist denn das? Sag jetzt nicht, ich kann damit fliegen oder sowas. Warte mal. Jetzt lass ich das ein bisschen größer mache. Und dann hinten ran. Ich kann's sogar ein bisschen anmalen mit so einem Muster. Okay. Wo bist du? Siehst du nicht? Nein, noch nicht gucken. Ich... Warte, ich gucke. Was bist du denn für ein Monster? Hä? Guck mal, kann ich... Ich kann springen. Bro, bist du eine Spinne? Hui. Ich bin irgendwie alles in einem. Warte mal. Oh oh. Oh mein Gott. Die Bretter gehen kaputt. Oh mein Gott, hier ist... Alter, ich hab ja viele neue Dinger grad bekommen. Hier ist nochmal Apfel. Den nehm ich nochmal ganzes mit. Warte mal, wir können hier... Oh mein Gott, Mirka. Wir müssen Fische sammeln. Wir müssen die Fische einsammeln. Ein hab ich. Ich glaub, wir brauchen etwas, um von der Insel wegzukommen. Also irgendwie so Flossen oder so. Ja, ja, ich glaub auch. So... Warten wir... Oh nein, das Holz. Nein! Nein, ich kann nicht schwimmen. Hilfe! Oh Gott, ich kann schwimmen mit meinem Ding. Hä? Ich kann jetzt ins Wasser einfach gehen. Okay, warte, ich komm mal ganz kurz zu dir rüber. So, weil hier liegt anscheinend noch ein Körb. Oh mein Gott, da ist eine Schlange. Hä? Das ist eine Schlange? Die verfolgt mich oder so. Okay, warte. Mach dich an, pass auf. Ja, ja, okay. Ich geh mal ganz kurz zu meinem, äh... Zum Erstellen. Weil da ist doch sogar ein Haifisch, sehe ich grad. So, warte, pass auf. Du machst, glaub ich, grad deinen Charakter, ne? Mach mal einen gerade. Ich mach mal jetzt mal ein bisschen anders. Da sieht nämlich noch ein bisschen verrückt aus. Die Arme, die gefallen mir nämlich nicht so wirklich. Die muss ich mal ganz kurz wegmachen, glaub ich. Aber ich hab jetzt hier... Oh je. Pass auf. Du wirst es gleich sehen. Da. Oh. Das muss ich jetzt noch ein bisschen größer machen hier. So. Was wird es hier? Warte mal. Zack. Oh. Oh nein. Und dann... Was hast du getan? Ich hab die Brücke kaputt gemacht. Ey, ich bin down. Okay, warte jetzt. Pass auf, ich mach jetzt hier. Wo kann ich das jetzt am besten ranmachen? Hey, wo kann ich das am besten... Warte, ich muss das wirklich... Was hast du gemacht? Wie ich aussehe. Was hast du getan? Bro, du wirst es gleich sehen. Ey, krass. Kann ich das jetzt hier ranmachen? Das geht immer nicht. Ich kann die noch nicht... Ich glaub, ich muss dafür irgendwie... Irgendwelche anderen krassen Sachen machen. So, warte mal. Die Arme. So, bisschen dicker. Ich glaub, ich glaub, sowas war in Ordnung. Siehst du mich? Noch nicht. Wo bist denn du? Warte mal, wir können... Man kann da nämlich noch hochgehen, seh ich gerade. Okay, da sind nämlich noch mal neue Körperteile. Aua! So, bist du ready? Nein, ich hab die Leiter kaputt gemacht. Wo bist du? Was geht? Alter! Was ist du denn für ein Ding? Hä? Ey, ich geh jetzt rüber, ne? Äh... Warte, ich kann schießen. Was? Weißt du das? Woher? Ich weiß auch nicht. Ah! Ah! Okay, ich geh rüber. Ich hol mir die Teile. Tschüss. Ich schieß auf dich, Alter. Ich schieß auf dich jetzt. Pschuh! Warte mal, ich glaub, ich kann schwimmen. Ich kann eigentlich auch schwimmen. Also eigentlich müsste ich mit meinem... Alter, unten rechts. Guck mal, unten rechts. Da siehst du, was du alles machen kannst. Sprinten. Ja, ja, ich weiß. Ich weiß, das seh ich grad schon. Okay. Ich seh auch da auf dem Floß. Ist doch anscheinend auch irgendwie so ein Skorpion-Dingens. Und denk da, wir können diese Fische sammeln. Das heißt, wenn du die Fische aufsammelst, können wir die auch fallen lassen. Nein! Das Floß! Alter, siehst du, wie ich im Wasser hier schwimme? Alter, ey, aber wieso bist du so krass? Warte, ich mach das kurz an Land. Geht das an Land? Ich krieg's nicht an Land, leider. Weil da sind so Sachen drauf, die kriegen wir ja leider grad nicht. Schade. Ich komm nicht mehr hoch. Ich komm nicht mehr hoch, Milkan, Hilfe! Oh nein, warte, ich komm! Hilfe, Hilfe! Ich hol dich jetzt. Okay, ich bin da im Land. Noch nicht, doch nicht! Ich rette dich! Okay, ich bin... Warte mal, ich will mal, dass unser Monster noch viel, viel verrückter aussieht. Ich will jetzt mal, das absolut verrückteste Monster zu machen. Muss ich, glaub ich, einmal ein paar Teile wegmachen. Das heißt, das kommt weg, das kommt weg. Dann die Beine kommen weg und das. Ich hab kein Geld! Wie, du hast kein Geld? Wofür braucht man denn Geld? Ich weiß es nicht. Ich mach zwar ganz, jetzt alles richtig fett. Ey, sag dir, ich mach das verrückteste Monster. Was? Okay, was du jemals gesehen hast. Also, was du wirklich jemals gesehen hast. So, ganz vorsichtig. Ey, das sieht auf jeden Fall schon echt... Ha! Das sieht schon extrem witzig jetzt aus gerade. So, kurz mal hier ein bisschen die Wirbelsäule ändern. Und dann... So, dann machen wir das Auge. Glaube ich nochmal ein bisschen größer oder klein... Ne, machen wir ein bisschen kleiner. Klein wie es geht. Und jetzt geht es direkt schon los mit den Beinen. Wie sieht es bei dir aus? Ich töte gerade eine Schlange. Als ob? Ja. Okay, warte mal. Ich bin jetzt hier gerade extrem stark... Alter, ich sehe richtig eklig aus, ne? Ich sehe richtig eklig aus, Bro. So, jetzt kommen wir mal hier... Okay, mehr kann ich anscheinend nicht machen. Und ich glaube, jetzt müssen wir nochmal ganz kurz Eigenschaften. Okay. Ich könnte aber auch theoretisch das hier nutzen, oder nicht? Geht das? Ne, das geht noch nicht, leider. Okay, aber das könnte ich jetzt, glaube ich, machen. Hier. Und ich glaube, die Teile. Die mache ich ganz klein. Und die könnte ich mal ganz groß machen. So, bist du bereit? Ready! Boah! Yeah! Hä? Jetzt, was bist du denn? Warte mal, komm her. Oh, mein! Ja! Oh Gott. Der Vogel! Oh! Die Vögel! Kannst du dich so groß machen, dass du da hochkommst? Äh, ich würde auch gerne... Ich würde eigentlich gerne... Aber mal, hier ist noch ein Teil. Was habe ich noch gar nicht? Was ist das für ein Ding? Was war das? Das ist... Oh mein Gott, das ist eine... Von einem Hai! Aua, die Schlange ist echt nervig, ne? Warte mal, hier ist das von einem Hai. Das heißt, ich könnte jetzt... Das ist eine Haiflosse! Damit könnte ich eigentlich ins Wasser gehen oder nicht? Ach, die kostet 30 Dollar! Was ist das denn? Äh... Das heißt, alle Sachen... Dann muss ich die jetzt weglegen. Ah, okay. Okay, ich verstehe. Jetzt mache ich mal ganz kurz die Haiflossen ran. Hier, so eine Haiflosse. Jetzt sollte ich eigentlich... Äh... Jetzt sollte ich eigentlich im Wasser schwimmen können. Mal gucken, was auch der Fall ist. Ob ich so tauchen kann oder so. Oh! Alter! Bist du das? Wie? Nee? Bist du? Ich bin hier gerade als Monster unterwegs. Alter, ich sehe dich! Was? Wo bist du? Warte, ich komme kurz wieder nach oben. Das ist nicht so leicht gerade, leider. Ich kämpfe noch gegen die Schlange hier. Ja, ich bin wieder aus dem Wasser draußen. Warte, wir haben doch noch irgendwie... Irgendwo müssen noch mehr Teile sein, oder nicht? Zum einsammeln. Da, hier auf dem Floß ist noch eins, aber... Wie kommen wir da hin, ist die Frage. Warum bist du denn da gerade so langsam? Weil du so groß bist. Weil ich so fett bin, ne? Okay, warte, ich muss doch mal ganz kurz meinen... Warte, wenn wir mehr Beine machen, können wir denn höher springen? Eigentlich schon, ne? So, warte mal. Ich mache mal ganz kurz meinen Typ mal ein bisschen dünner. Was heißt hier? Warte mal. So. Ey, das sieht schon witzig aus, wenn man alles machen kann. So, dann hier. Ey, das sieht aus wie so eine... Ey, was mache ich denn jetzt da gerade? Okay, das habe ich jetzt gerade weggemacht. Warte mal, ich muss ganz kurz die Beine wegmachen. Ähm. Zack. Hm. Jetzt mache ich mal ganz kurz hier die Beine ran. Äh. So. Hier ein bisschen. Zack. Und zack. Okay. Äh. Sieht nicht schlecht aus, muss ich sagen. Sieht nicht schlecht aus. Machen wir mal hier die Arme nochmal ran, Freunde. Aber die Arme, die müssen irgendwie... Da fehlt irgendwas, habe ich das Gefühl. Ah, die kann man jetzt... Okay, die kann man länger machen. Okay. Ähm. Wie gef... Warte, ich muss mich mal kurz anders anmalen. Am liebsten gerade gar... Ich mache die Farme mal ein bisschen anders. Ich mache die Farme mal zu so einem elblichen so ein bisschen. So. Wie gefällt dir mein Monster? Seht ich gut aus? Oha. Ich bin... Oh, was? Du siehst aus wie das Monster von Loch Ness. Was hast du denn da unten? Ein Stachel. Warte mal. Gibt es denn doch irgendwelche anderen Teile, die wir aufsammeln können? Und irgendwelche anderen Körperdingens? Warte, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Und zwar... Ich sehe gerade... Das kostet aber, glaube ich, ein bisschen... Wie kostet das? Ich habe gerade nämlich 210 Dollar. Kann ich die einfach ran... Kann ich die jetzt ran machen? Nein. Wie... Kosten die irgendwas? Muss ich dafür irgendwas machen? Äh... Gewicht schwimmen. Weil ich kann die nicht ran machen einfach so, ne? Das funktioniert leider nicht. Warte, vielleicht an die Beine. Oh mein Gott, an die Beine. Und da... Oha. Okay. Okay, okay, okay. Jetzt wird sie langsam interessant. Aber jetzt... Guck mal. Siehst du das? Ich kann jetzt... Ich schwimme gerade weg. Schöner sprinten. Siehst du mich da hinten? Äh... Ich sehe es. Warte, ich sehe es. Warte, warte. Ich will jetzt mal... Kann ich vielleicht ein Hai holen? Das wäre cool zu wissen. Hüah... Ab in den Hai... Ab zum Hai. Ich hole mir den jetzt, ne? Aber... Ah, verdammt. Warte mal. Ich habe mir nicht daran gedacht, dass ich gerade leider nichts zum... Zum Dingsten hab. Zum Beißen hab. Hier ist der eine Fisch. Oh... Hier muss man nochmal ganz so ein bisschen umerstellen. Und zwar muss ich, glaube ich... Äh... Ich mache nochmal ein paar Sachen weg. So, die nicht dazugehören gerade. Das heißt, hier nochmal wegmachen. Die kleinen Teile wegmachen. Das Auge vielleicht... Ne, okay, Auge nicht. Auge sind alles so schwarz-weiß. Das Auge kommen ran. Aber ich muss meinen kompletten Körper da jetzt, glaube ich, ein ganzes bisschen kleiner machen. Der sah ein bisschen zu komisch nämlich aus. So, ich... Zwar bin ich jetzt hier so eine kleine Klapperschlange. Oder sowas. Was? Fast schon so ein Pokémon. So, pass auf. Die Augen. Einmal ordentlich hier. Ey, das sieht witzig. Warte mal, pass auf. Der Mund... Kommt hier kurz ran. Hier vorne. Warte mal. Wie gef... Ah, ich bin noch nicht ganz fertig. Und zwar hier sind die sonstigen Teile. Ich frage mich halt, was ist das hier? Schwimmen und Sprinten. Das muss schießen hier. Wir können aber eigentlich das genau hier so ran machen. Oh mein Gott. Ich sehe richtig gefährlich aus gerade, ne? Gliedmaßen. Könnte man so klein... Ne, pass auf. Guck mal. Siehst du mich? Boah, was? Hä? Du bist so eine... Eine regene Klapperschlange, ne? Gefühlt schon, ne? Gefühlt schon. Man könnte sie sogar noch benennen. Äh, was ist denn das hier nochmal? Sonstige Teile. Guck mal. Ich glaube, ich brauche nochmal ein paar Gliedmaßen. Denn... Ich glaube, Arme oder so schadet nicht. Wenn man Arme... Arme kurz so macht. Das heißt, die ein bisschen dünner und so. Äh... So einmal. Dann... Könnte man hier vielleicht noch einmal... Das drehen. Wie? Was habe ich mir denn gemacht? Wieso? Ey. Alter, ich sehe richtig... Sieht richtig verrückt aus. Guck mal, wie ich aussehe. Ah, ich habe nicht genug Dollar oder was? Als ob. Okay, ich muss die Arme ganz entdecken. So, jetzt kann ich... Die Beine kosten nämlich 100 Dollar. Als ob. Was? Ja, ja. Okay, warte. So. Wie sehe ich jetzt aus? Äh. Wo bist du? Komm her. Oha. Was? Ey. Au. Kann ich hochklettern? Ey, irgendwie... Hier oben war eben... Eine Leiter war da eben oben, ne? Ja, oh. Bin ertrunken. Als ob. Ich schieße mal auf das Teil um. Das ist ein Vogel. Geht aber nicht. Komm her! Äh! Es geht nicht. Ich kriege dir nicht... Wir müssen irgendwie da auf dieses Teil rauf. Warte mal. Ich gucke jetzt mal, ob ich da irgendwie raufgehen kann. Ich bin ja gerade so gebogen, weißt du. Vielleicht geht das dann ja. Da trinkst. Ah! Du hast recht. Okay, warte. Ich brauche anscheinend dafür einmal ganz kurz. Kostet auch nur 35 Dollar. Guck mal, jetzt soll ich eigentlich nicht mehr ertrinken. Mit den Teilen, die ich gerade habe. So, ich gehe nochmal ganzes Nacht hin. Sprinte auch. Ey, ich bin so eine Ente, ne? Ah! Oh mein Gott, ich habe es eingesammelt. Hab ich es eingesammelt? Oh mein Gott, ich habe es gesehen. Nein. Das kann nicht sein. Wieso kriegen wir das nicht? Ich bin ja drunter. Hilfe! Jetzt komm, warum geht das nicht, ey? Das kann nicht sein. Ich würde auf jeden Fall sagen, ich bin ein cooleres Monster geworden als du. Ganz, ganz easy. Ey, da. Ey, da. Ey, ey. Nee, nee. Oh, Kaspar. Oh. Wie siehst du denn aus? Was geht? Pass auf mit dem Wasser da. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ey, wir sehen ja echt noch ganz schön komisch aus als unser Monster. Eigentlich müssten wir die mal ein bisschen verbessern, ja? Okay, wollen wir mal ein krasses Monster erstellen? Warte mal, siehst du den Vogel da hinten am Ufer? Da sind sogar Delfine und so. Oh, da ist der Vogel. Lass mal den Vogel erschrecken. Lass ihn mal erschrecken. Wir sind so kleine Würmer auf Rädern. Aber ich hoffe, der ist auf Angst vor uns, nicht, dass der uns auf ist. Ich weiß nicht, wir sehen eigentlich eher aus wie seine Beute, ne? Oh Gott, wie sieht der denn aus? Was stimmt mit dem denn nicht? Der zieht durch. Okay, weißt du was? Da oben ist irgendwas, da oben ist eine Flagge oder so. Hier unten ist, oh, eine Schlange, pass auf. Alter, was ist das? Die haben mich gebissen, die haben mich gebissen. Okay, pass auf, pass auf, pass auf. Wir müssen das jetzt machen. Und zwar können wir jetzt hier in den Monster-Creator reingehen. Wir können jetzt hier unseren Monster ein bisschen besser erstellen, ja? Oh mein Gott, ich kann da nochmal weitere Augen hinzufügen? Oh mein Gott, Alter. Alter, wir können ja alles München reinpacken. Ich könnte jetzt hier so richtig krass... Was ist denn das? Wie sieht das? Warte mal, wir können noch klein machen, ja, okay. Alter. Warst du eigentlich auch ziemlich groß? Warte mal, du wirst jetzt sehen, was ich mache. Das ist ja richtig krass. Meiner sieht so krass aus hier schon. Okay, warte mal, was können wir noch machen? Alter, Meiner. Alter, wie sieht der Meiner aus? Was hast du? Sieht richtig gruselig aus. Alter, meinst du eher so eine Schlange, habe ich das Gefühl? Eine Schlange? Alter, ich sage euch, der Meiner ist komplett eklig. Ich wäre sogar schon kurz bereit, mein zu zeigen. Ja, okay, warte, warte, ich brauche noch kurz. Was gibt es denn hier überhaupt alles? Hier haben wir noch so Füße. Ja, sehe ich auch gerade. Ich meine, jetzt auch nochmal hier ein paar dahin. Extremitäten haben wir hier noch so Hände. Oh Gott, ich weiß gar nicht. Ja, oder auch das hier. Funktioniert das so irgendwie? Wie geht das? Kann ich das da rauflegen jetzt einfach? Nee. Okay, okay, okay. Ich habe was. Ich habe mein Monster erstellt. Dein Monster ist schon ready oder was? Ja. Oh mein Gott. Hä? Alter! Oh mein Gott. Alter, wie sieht das Ding denn aus? Was hast du gemacht? Alter. Bist du hin? Was? Hey, du kannst das sogar schießen. Du kannst das sogar schießen. Wo bist du denn? Was ist denn das? Bist du denn für ein Ferkel? Was ist denn das? Ich bin Wildschwein. Ich kann knurren, ne? Ich auch. Ich kann auch beißen. Soll ich nicht mehr beißen? Hau ab, hau ab, hau ab. Ich beiß dich. Ich beiß dich. Pass auf, pass auf. Komm her, ja. Ja. Oh, Alter. Wo bist du? Yo. Au. Ja. Au. Ja. Komm her, ihr. Komm es ab. Alter. Was willst du für eine Heuschrecke? Du bist ja voll die Heuschrecke. Du bist da genau durchgefallen. Nein, ich auch. Du auch, Alter. Du hast den Löffel abgegeben. Wir müssen noch krasser werden. Das geht noch doller. Wir müssen irgendwie noch einen raufhauen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Also wir können doch sogar... Ist der Vogel da hinten? Ja, was denn? Au, du schießt ja richtig. Man kann, glaube ich, sogar. Wir können ja anscheinend... Es kommt immer noch an. Was nimmt man für Sachen? Was kannst du denn halt machen? Also wir können doch theoretisch auch im Wasser... Oh, mit so Tentakeln? Achso. Aber ich weiß gar nicht... Irgendwie will der das bei mir nicht platzieren an einem Körper. Ich weiß aber nicht, wieso. Du musst schon richtig hingucken dann. Musst richtig hingucken. Ah, jetzt habe ich es. Alter, was ist denn das? Ist ja voll eklig. Es gibt auch voll die ekligen Holzbeine, ne? Ey, was ist denn das, Alter? Alter, mein Ding. Wie sieht das aus? Warte mal, ich habe die Idee. Können wir das jetzt hier nach oben? Ja, das muss ich mal ganz kurz entfernen. Ich glaube, ich will mal hier so richtig krasse Sachen ran. Und zwar... Was hast du gemacht? Ich kann hier ein paar Sachen... Nein, jetzt ist mein Dings weg. Meine Schnauze von dem Tier. Okay, warte, war nicht schlimm. Ich muss das jetzt ein bisschen länger machen, glaube ich. So. Alter, das sieht nicht so normal aus. Ey, wenn das so geht, ne? Okay, warte. Du musst sehen. Mein... Mein Monster... Wie sieht einer aus? Das ist ein ganz, ganz ekliges Ding. Okay, okay. Warte mal, was haben wir hier vorne noch? So. Pass das Ding da ran. So, hier vorne einfach irgendwie. So. So. Jetzt nach vorne. Hier habt ihr noch 9,20 Dollar. Das heißt, alles entspannt. Ja. Alter, jetzt habe ich... Alter, es ist... Also, wenn ich du, dann würde ich aufpassen mit meinem hier, ne? Wer sieht schon ganz, ganz gefährlich aus. Ich sage dir, also, meiner... Meiner sieht echt nicht mehr normal aus. Ich frage mich aber gerade, ob man den... Oh mein Gott, ich kann den sogar... Ich glaube, ich muss den mit ein paar andere Dinge zu machen, glaube ich. Oh mein Gott, du kannst sogar die Knochen, wenn du die Knochen anfällst, kannst du denen so eine bestimmte Form geben, den Knochen. Ja, ich weiß. Lol. Das muss ich gar nicht. Alter, das sieht... Alter, das sieht so krass aus. Alter, mein Ding sieht so hardcore gruselig aus. Meinst du auch? Ja. Alter, mein, das sieht ein bisschen aus wie so eine Libelle oder so. Boah, mein, das sieht richtig krass aus. Okay, bist du ready? Okay. Warte, warte, ich mache noch mal hier ganz kurz was ran. Ja, ja. Machen wir hier noch mal drüber. Machen wir so, zack. Und das drehen wir noch. Oh, wenn das mal nicht gruselig aussieht, dann weiß ich auch nicht. Was haben wir noch? So. Okay. So. Ich bin ready, alles klar, passt. Du bist ready, oder was? Oh, wo bist du? Oh mein Gott, was hast du denn für ein Teil gemacht? Zeig dich, zeig dich. Okay, warte. Oh. Alter, du willst so eine Laterne? Auch krass. Ja. Jo, warte mal. Oh. Ei. Meiner kann beißen und meiner spuckt und beißt gleichzeitig, ne? Ich würde aufpassen. Oh, ich kann sprinten, ich kann sprinten. Und ich kann wirklich hochspringen. Da, holte den Vogel. Komm, wir slangen uns mal hier so einen Vogel rein. Warte mal, hier sind doch... Warte, ist hier noch irgendwas? Hier ist du in der größten Kiste, oder so? Oh mein Gott, ich hab den Vogel gebissen. Ja. Du musst mich ranholen. Was? Komm ran. Oh Gott. Schwing mal drauf, hier steht eins von zwei Leuten. Komm mal rauf. Dann können wir zu einer anderen Insel fahren. Was? Oh mein Gott. Jau. Jau. Auf geht's, auf geht's. Was? Wir fahren jetzt auch zu der Farm? Hä? Oh mein Gott. Jetzt haben wir eine neue Insel freigeschalten, weil wir so krassen Monster haben. Oh mein Gott. Was? Okay. Warte mal spielen. Lass mal kurz erkunden. Oh mein Gott. Jetzt haben wir eine Schnellreise. Schnellreise haben wir freigeschalten. Alter. Wow. 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 Das ist voll die krasse Brücke. Hier muss es irgendwo ein Farmgebäude geben, oder nicht? Ja. Locker. Locker. Aber ich weiß nicht genau wo. Aua. Au. Das gibt's echt Ärger, Alter. Da ist ja gar keine Farm. Da hinten sind so Windräder. Da ist es. Wieso bist du so schnell? Ich bin immerhin. Alter. Das ist eine komplette Farm. Was ist denn hier alles? Kann man auch Flügel nehmen? Ich muss jetzt andere Beine holen. Die sind ja wirklich zu nichts. Ach du meinst fliegen oder was? Wie so ein Vogel? Ich würde schon gerne fliegen eigentlich. Ja. Hol dir auf jeden Fall mal ein neues Bein und komm mal zu mir. Ja weißt du wie die noch hießen? Weißt du was noch? Ne. Diese Spinnenbeine. Die hier. Die Bugstepper wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ich komme. Oh. Was? Da bin ich. Wie groß bist du denn? Jo. Und ich kann gefühlt alles. Ey nicht. Nicht. Aua. Na gut. Na gut. Na gut. Guck mal hier. Was ist da alles? Ist das so ein Freizeitpark? Ich weiß. Wasser ist alles. Ne. Was ist denn ein Freizeitpark? Na rechts oder nicht? Boah. Hä? Schnellreise. Oh mein Gott. Wie kann man denn die Map aufmachen? Ah. Hä? Wie warte mal. Wie geht denn die Map auf? Ah. Ah Leute. Wir können da einfach raufklicken. Dann musst du rauszoomen. Das ist eine Kartstrecke. Lass mal da hin spawnen. Wo? Als wenn wir Kart fahren. Du musst rauszoomen bei der Map. Und dann siehst du das. Wie rauszoomen? Raus auf dem Mausrad. Alter. Siehst du die Kartstrecke da unten links? Ja. Da gehen wir hin. Komm. Dann kommst du einfach auf das Haus drücken. Dann bist du da beim Checkpoint. Ich bin jetzt Campsite. Oh mein Gott. Du musst zur Kartstrecke kommen. Wir können hier fahren. Ja. Du bist auf einmal viel schneller als ich jetzt. Nee. Du bist schon da hinten. Hast du die Beine geholt? Du musst einfach Dings machen mit auf das Haus drücken. Dann kannst du dich da hin spawnen. Auf das Haus. Auf das Haus. Warte mal. Das ist das was ich gesagt hab. Jo. Jo. Was? Jetzt können wir immer hier rumlaufen. Okay komm. Nee. Und das Rennen startet. Ohne springen. Ich spring nicht. Okay. Du bist schneller als ich. Guck mal. Du bist schneller als ich. Weil du mehr Beine hast als ich. Ich glaub schon oder? Ja. Nee. Meiner kann nicht mehr springen. Jetzt. Voll Dampf. Oh mein Gott. Oh. Ich muss dich mal ein bisschen abkürzen. Oh nein. Du bist schneller als ich. Du bist schneller als ich. Oh. Du überrundest dich das Gefühl gleich. Und zack. Das Rennen gewonnen. Nein. Aber lass mal gucken was wir noch so machen können. Was ist da hinten noch? Die ganze Farm. Ja. Ja. Die komplette Farm. Sieht richtig krass aus. Vielleicht können wir da irgendwelche Menschen aufessen oder so. Oh. Ich hab schon Hunger auf Menschen. Ja. Das ist so cool mit diesem Telepizieren. Was ist das denn da? Das ist ein Wildschwein oder sowas. Was? Wo? Das ist ein Wildschwein. Hier. Ein Hund soll das glaube ich sein. Komm mal her hier. Was ist das? Hä? Alter. Knurrt mich an. Alter. Der will. Der beißt. Du gehst zurück du. Du Hund du. Komm her. Komm her. Alter. Die machen echt Auge. Die machen voll viel Schaden. Alter. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Der killt mich hier gleich. Du musst mithelfen. Warte ich kommen. Bam. Oh mein Gott. Alter. Der Luft an. Alter. Du voll der Schaukstab. Und nochmal. Sehr gut. Oh mein Gott. Jawoll. Jawoll. Sehr gut. Ey. Was war denn das gerade? Was war die Farbenhunde. Alter. Wir sind die bösen Kreaturen. Lass mal gucken was wir da vorne noch so haben. Ja. Hui. Da vorne haben wir noch einen Trecker oder so ist da vorne ne. Oh mein Gott. Ey. Ich glaube. Wir können uns mega mega klein machen. Und dann können wir auch so schaukeln hier und sowas ne. Wenn wir kleiner sind. Als ob das geht. Weißt du was ich mein. Da. Playground. Oh mein Gott. Kann man da jetzt irgendwie dran drehen. Kannst du spielen. Kann man doch locker irgendwie dran drehen oder nicht. Aua. Oh mein Gott. Ja. Ja. Wie krass. Warte mal. Ich muss das Monster kleiner kriegen. Ich will. Ja genau. Ich will jetzt auch mein Monster bisschen verändern. Und zwar. Ich mach mal jetzt mal noch gruseliger. Ich glaube es geht noch krasser. Noch gruseliger. Wie soll denn das denn gehen. Man kann nämlich auch fliegen glaube ich. Ich hab meinen Kopf außerdem weg gemacht. Ich mach dafür was Neues hin. Alter was denn das. Und jetzt mach ich das. Mal. Den hier. Oder. Geht das. Oh mein Gott. Okay. Warte mal. Können wir die einfach. Oh mein Gott. Das muss man da ran machen. Das sind Flossen. Gar keine Flügel. Lol. Das wusste ich gar nicht. Alter mein Ding ist ja übertrieben fett. Echt. Siehst du das so dick aus oder das. Warte mal. Warte mal. Was hab ich jetzt. Was mach ich jetzt hier gerade. Jo. Was haben. Was ist das denn. Jo. Alter. Jo. Was gibt es denn da noch alles. Antenne. Was kann die denn. Ach verdammt. Das hab ich hier aussehen gerade. Bein gelöscht. Ähm. Backstepper. Ich glaub ich mach bei mir auf jeden Fall nochmal so ein paar Beine ran oder. Ich glaub boah da war das Ding an weg. Guck mal jetzt. Pass auf. Jetzt kriegt meiner auf jeden Fall was richtig krasses was deine auf jeden Fall nicht hat. Wieso. Was hat der. Und zwar. Oh mein Gott das sieht doch richtig krass aus. Den hier. Äh. Das sieht so verrückt aus. Wieso. Bist du fertig oder was. Beißen essen. Ne. So. Ja. Hier. Dann kriegt der hier noch. Alter. Ich würd echt aufpassen bei meinem ne. Ich würd echt aufpassen bei meinem ne. Machen wir hier auf jeden Fall dann. Äh. Das ist echt eklig. Das ist echt eklig. So. Jetzt weg. Guck mal. Guck mal. Irgendwas anderes jetzt hier so. Pass auf. Die Teile. Ja. Was hat er da. Die Teile. Okay. Mehr kann ich nicht. Mehr kann ich nicht. Oh mein Gott was ist denn. Uh. Wieso. Aha. Zeig mal Herda. Zeig mal Herda. Aha. Das sieht krass aus. Oh mein Gott. Okay. Pass auf. Alter das sieht aus wie. Ich will nichts Falsches sagen. Aber das sieht einfach komisch aus das Teil. Dein Teil sieht komisch aus. Ja. Hier. Machen wir mal so. Okay. Ich bin ready. Du auch? Ich bin auch ready. Spielen. Wo bist du? Ich bin hier bei der Farm. Okay warte ich komm. Ich bin hier noch beim Dings. Beim Laufen. Ich kann nicht mehr springen. Alter. Wo bist du? Was hast denn du da. Das sieht ja aus wie so ein Mammut oder sowas. Hä. Gar nicht. Natürlich. Guck mal das ist schon wenn ich springe. Ich springe dann nur so hoch. Das ist schon springen. Du siehst ja aus wie so ein Käfer. Ja. Ja. Jo dein Ding ist ja übel stark. Dein Ding ist ja übel stark. Rittzug. Rittzug. Aus dem Weg hier Kollege. Meiner kann aber nicht mehr springen. Du hast zu fett geworden. Ja meiner auch. Meiner ist auch zu schwer. Ich geh die Karte nicht mehr zu. Die Karte geht mir nicht mehr zu. Musst du draufklicken einfach oder nicht? Geht das? Oh ich hab ich weggespawnt. Nein. Ich geh die Karte nicht mehr zu. Du bist total fett. Dann lass wieder zu. Du rauszoomen oder nicht? Kannst du dich einfach rauszoomen? Meiner wird mich hier besiegen. Komm her. Was willst du? Bam. Ich spuck auf dich. Au. Alter. Und nochmal. Ich komm nicht mehr hoch. Junge guck mal. Hier Dauerfeuer. Guck mal. Ich treff dich jedes Mal. Aber das macht gar keinen Schaden. Echt nicht? So jetzt hol mich mal. Aua. Hey. Aufhören. Ich muss den Sprinter machen. Hallo. Ich mach den Sprinter Johnny. Komm her. Aua. Aua. Oh mein Gott. Wie viel Leben hast du noch? Ich hab immer noch volles Leben. Du hast ja volles. Ich mach ja gar keinen Schaden. Nein nein. Das ist ja verschlecht. Du hast mich gleich. Wie jetzt? Aua. Hä? Wie schlecht ist denn deiner? Bro. Der war echt richtig schlecht. Was sollte das? Oh mein Gott. Hier sind voll viele Tiere. Hä? Echt? Wieso? Ich muss jetzt einmal sterben jetzt hier. Wo bist du? Was hast du denn für ein Ding? Ich bin ein kleines Monster. Und ich kill dich jetzt. So. Pass auf Kollege. Also. Ich äh. Der Gewinner. Der Gewinner kriegt diese Insel hier. Okay? Na gut. Na gut. Dann machen wir so. Wo bist du? Komm her. Trau dich doch. Wo bist du? Springst du schon wieder hoch oder was? Ich kann auch ganz schön hoch springen. Oh mein Gott. Ich hab das eingesammelt. Ich kann auch ganz schön hoch springen. Ah. Komm her. Komm her jetzt hier. Trau dich hierher. Ja. Ey. Das war ein ganz wichtiger. Ja. Wieder ein wichtiger Hammer. Macht das gut Schaden oder macht das gut Schaden? Ey. Ja. Ja. Der war wichtig. Wie viel Leben hast du noch? Au. Die Schlange. Die Schlange. Ganz wichtig. Und. Ja. Komm ran. Trau dich hier oben. Komm. Ja. Jawoll. Mir gehört die Insel. Juuu. Das glaube ich jetzt nicht. Da liegt einfach mein Ding noch oben. Ja. Alter. Das. Ja. Mann. Ja du hast gewonnen. Viel Spaß mit der Insel Kaspar. Juuu. Das war's. Das war's. Freunde. Wenn ihr da vorne mehr hältst, dann möchtet ihr das gerne ein Like und ein Abo da. Dann schreibt mir das Video aus. Einfach draufklicken. Haut rein. Bis morgen. Ciao. Ciao.